Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! Go, Go, Go! Konnichiwa, Ninja da draußen. Heute wieder zu einer Folge Trials Rising zusammen mit FreshRise. Hallo. Und immer noch in der Beta. Ja, wir wissen, das Spiel ist draußen, aber wir sind leider immer noch in der Beta. Wir kommen halt immer nur am Wochenende zum Aufnehmen, deswegen müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis ihr die volle Pracht der Vollversion seht. Aber im Bringsl überhaupt an die Folgen. Na, ich versuche ab morgen. Morgen, Mittwoch, dann können wir diese. Ja, morgen, Mittwoch, Freitag. Das ist dann so der Turnus. Also die müsste jetzt Freitag kommen. Boah, wie ich hier reingefallen bin. Ey, Fresh! Was ist das? Machst du auf dem ersten Platz? Nix, wie du siehst. Achso. Dann ist ja gut. Ups. Ich bin wieder zurückgerollt. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Nein! Oh! Alter! An der Stelle bin ich auch noch nicht hängen geblieben. Ich schon, aber diesmal nicht. Hier bleib ich immer hängen. Oh, da kommt man schön mit Schwung eigentlich rüber. Da muss man nicht mal einen Bunnyhop oder irgendwas machen. Jetzt wieder drüben. So, denk an den Stein, dass der stehen bleiben muss. Ja. Es steht eh riesig zweimal Stopp auf dem scheiß Stein. Ich dachte, das wäre für andere Sachen. Dass der Stein stoppen soll. Dass man nicht mal gelesen, was da steht. Ehrlich gesagt. Maps von von Rednecks oder wie die die heißen. Der Hersteller. Äh. Die machen immer Hinweise rein. Wie man die Maps schafft. Hey, hast du den Sprung geschafft? Nice. Welchen? Wie es dir gerade gemacht hast? Wahrscheinlich ja, ne? Das war mein Nemesis. Bis zu diesem Motorrad. Hä? Was? Okay, du. Oh, was ist da los? Nice. Ja, mit dem Motorrad läuft es besser. Ja, definitiv. Wart erst mal, wenn man das letzte Motorrad hat. Oh, ich... Oh. Jetzt kommst du nicht mehr ins Ziel. Schade. Oh. Oh, nicht. MG, enttäuscht mich nicht. Ich musste zu viel lachen. Jetzt musste ich aber auch, oder? Ja, ja. Wir müssen die einzigen zwei, die es geschafft haben. Ja, easy game. Ich weiß jetzt immer noch nicht, welcher Sprung genau dein Nemesis war. Bin da einfach komplett durchgebläst. Wie so ein Verrückter. Ja, ja. Wo du von oben runter springst, auf den Ei in Stein, wo dann der Sprung ein bisschen weiter noch rüber war. Vielleicht habe ich den Stein sogar ausgelassen. Ich erinnere mich nicht. Keine Ahnung. Der funktioniert nicht. Der sich den Stein auslässt. Die Flugzeugmap wieder. Was? Alter, was mache ich denn für einen Scheiß? Sag mal mich, ne? Auf der schweren Erste werden und auf der leichten nichts geschissen bekommen, oder? Ja, ja. Mitte ist sie. Ach so. Nein! Wieso bleibe ich so kacke hängen? Easy. Wo ist denn Flash? Gerade so als Letzter. Echt so. Tuck, tuck. Oh. Arm ist fresh. Man, noch Zweiter von der... Ja, ja. Hat die andere Mapper schon gerockt, ne? Ich nehme die Mittlere. Ich darf entscheiden. Na, dann entscheid mal. Er nimmt die. Ja gut, das Setting ist aber auch schön. Muss man auch sagen. Allgemein, die Maps sind immer alle sehr schön, finde ich. Ja. Was passiert rundherum und so. Er wartet nur noch auf die Community Maps. Ja, da rasten die komplett aus, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, am Anfang zwar nur nicht so, bis sie den Editor mal komplett verstanden haben, aber dann rasten die komplett aus. Ich hoffe, den Bug fixen sie bald. Mit dem Start Dingens. Ja. Hast du den immer noch gerade? Na, ja. Ich hatte noch keine Lobby, wo ich nicht hatte. Oh, wie habe ich dich überholt? Das ist gerade der Erste. Trotzdem gestatte mir die Frage, wann ich dich überholt habe. Keine Ahnung. Wann habe ich dich überholt? Ich glaube, mein Fahrer hat sich den Hintern gebrochen. So hat das gerade ausgesehen. Oh, ich lege mich auf die Stauze. Wo machst du sowas? Oh, ich lege mich auch auf die Stauze. Ja, du willst halt nicht weg von mir. Ach, come on. Oder er schnuppert gerne meine Auspuffgase. So. Und rüber hier. Wunderschön. So, jetzt den Schluss nicht verkacken. Für die Fans. Ein kleiner Looping. Und Ziel. Ja, da bin ich bei mir. Juhu. Da ist ein Fresh. Da ist ein Fresh. Der gerade noch runterfliegt. Mhm. Ah, der kommt auch vielleicht noch ins Ziel. Jo. Tut er. Tut er. Läuft. Und wieder alleiniger Zweiter, ey. Äh. Damit Erster in der Lobby. Passt. Läuft bei dir. Passt, passt, passt. Rufenaufstieg. Er macht so ein Slow-Clap da. Ja, ja. So, direkt nächste, ne? Natürlich. Direkt wieder suchen. Bist du, was für ein Level bist denn jetzt? Fünf. Fünf? Ich bin Level sechs. Ja. Deswegen habe ich auf einmal so viele Kisten bekommen. Mhm. Oh, wird wieder eine gut volle Lobby. Wie viele halt dann immer nach der ersten Map oder nach der zweiten Map dann aussteigen. Das finde ich ein bisschen blödem. Na, ist halt, ne? Oh, verloren. Ja, muss ich raus. Kein Ehrgeiz, irgendwas zu lernen. Natürlich wird's die wieder. Sind wir zwar gerade erst gefahren, aber hey, gleich nochmal. Hm, so ist es, ne? Wissen die ja nicht, dass wir die gefahren sind. Die Hälfte war dabei. Echt? Ja. Kann man die Namen nicht merken. Ach, ich gucke mal grob drüber. Also, hm. Ist jetzt nichts, dass ich es mir wirklich aktiv merke, sondern... Ich bin immer noch so ultra sexy, ne? Ich... Ja. Du glühst schon förmlich, oder? Eieiei. Ähm, ja. Ich würde auch gerne die Maps sehen. War schon mal, ne? Ja. Ja, jetzt. Ich wollte schon quitten. Ah, die mehr. Kenne ich irgendwo, ja. Du kannst dich dunkel dran erinnern. Na ja. Dann ist ja gut. Nein, nicht übertrieben hier. Hat da einer... Oh, fuck. Übertrieben. Hat da einer, oh, fuck. Ja. Das sind die Momente, wenn es dir jemanden bleiben willst in dem Spiel. Da steckt wieder... Das ist so ein Karma-Spielchen schon wieder. Bin es denn Karma, wirklich? Wie oft hier Karma schon wieder vorbeikommt. Es ist brutal. Oh, nicht unbedingt an der Decke anstoßen. Wäre ein bisschen kacke. Hui. Oh, oh. Damit habe ich erfahren. Da habe ich mich nicht entschieden. Ah, fuck. Da hätte ich mich vielleicht entscheiden sollen, ob oben oder unten. So. Hallo. Ein schöner Salto für zwischendurch. Schön langsam versuchen. Uh, das war fast an die Decke. Allemal zu überholen. Er überholt mich ganz knapp. Oh, jetzt bin ich aber... Glaub ich... Oder? Nee, er ist nach vorne. Nein, nein, nein. Was mache ich denn? Ich habe gesehen, dass es nichts wird und habe direkt We spawned. Alter, was mache ich denn hier gerade? Also VNG, sage ich immer. Tritt hat er sogar noch gewonnen. Da hat noch jemand einen Unfall gebaut. Eigentlich war ich Vierter. Moin, die kommt auch rein. Jo. Er ist Fünfter. In Gottes Namen. Haben wir noch ein paar Maps. So ist ja nicht. Oh, wie meine Leiche im Seil baumelt. Naja. Naja, war jetzt nicht so gut, was ich hier abgeliefert habe. Aber... Nee, ich sehe immer nur die ersten vier. Ja, ja. Komm. Lava Backe. Neh mal die hier. Ich habe ganz recht genommen. Ja, ja. Bin ich auch dabei. Komm. Einer hat noch. Einer darf noch. Ja, aber bei Unentschieden entscheidet der Zufall, glaube ich. Yes. Kriegst du diesmal auch wieder hin? Keine Ahnung. Schauen wir mal, ne? Letztes Mal war ich doch Erster, oder? Ja. Du bist auf einmal als Erster da durchgefetzt. Wo du da irgendwie Probleme hattest. Und ich kann nicht weiß, wo du die Probleme hattest. Ich check's halt nicht. Nee, das ist, glaube ich, von den ersten zwei Runden, wo man auch der schlechte Motorrad hat. Da hat sich die Stelle so eingebrannt. Oh, das ist so der Nemesis von der Strecke. Und hast du nicht gesehen. Das machst du dann automatisch dann auch mit einem besseren Motorrad schlechter. Alter. Alter, da hat wieder einer Ping vor dem Hirn hier. Ja. Jetzt mal hat es nicht ganz so lange gedauert. Läuft. Uh, gerade so drüber. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Na, wieso gebe ich da Gas? Nein, oh, komm. Dann bin ich zu niedrig. Alter. Wieso hier... Ja, mir ist jetzt dreimal das Hinterrad abgehoben bei dir schrägen. Ab und zu zerdenkt man es ein bisschen. Ja, mein Kopf war doch drin. Da muss schon komplett rein. Ups. Was ist das? Ich habe mich überschlagen vor Freude. Oh, first try. Deine Lieblingsstelle meinst du? Ach, die hier, wo man auf den Container unten muss und dann hoch, oder was? Ja, genau. Bist du wieder easy vom... Drübergekommen? Dann snag ich mir mal den ersten. 30. Wo ist das rosa ne Wunder? Geht her. Ah, ich schalte gerade durch und such dich. Da ist es. Easy. Komm, neun Sekunden noch. Du schaffst es. Gib Gas. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ne, glaube ich auch nicht. Ach, fuck. Da musste man ja da hoch. Bing. Egal, Tritter. Geht auch. Sieben oder schöne Pünktchen. Die tun mal wieder gut. Punkt gleich mit Fresh. Easy. Punkt gleich mit Fresh. Nehmen wir auch mal sibirische Höhen hier. Ja. Dann ist es aber auch gut damit. So. Ah, schade. Noch nicht Level 7. Schade. Er wäre cool. Vielleicht ja nach der Map. Ja, nach der Map. Nach der Map werde ich noch oft zeigen, welches Motorrad wir fahren. Ich hoffe, der Levelstand bleibt erhalten, wenn dann die Vollversion kommt. Ich glaube nicht. Das wäre halt dann auch kacke. Oder wenn du eine geile Skins gezogen hast oder sonst sowas. Ja, nicht mies. Oh, wieder Low-Connection. Ah, geht aber. Diesmal geht's. Ah, die Flugzeugen. Ich erkenne das immer erst am Anfang, welchen Map das ist. Vom Namen her, keine Ahnung. Ich erkenne sie vom Bild her schon. So, hochkonzentriert mal wieder. Ja. Muss man ja hier sein, um eine Chance zu haben, ne? Ja. So. Easy, Zweiter. Easy, Dritter. Wie weiß es, was immer aussieht. Als wäre da nichts da. Ja, ja. Können die das nicht für den Spieler spezifisch dann machen? Alter. Leckt der oder was ist mit dem? Ich glaube... Ich glaube, sein Rechner ist nicht der Schnellste. Der hat den Checkpoint gar nicht bekommen. Okay. Okay. Auf einmal bin ich Vierter. Hä? Ich Dritter. Wir haben da um Platz zwei gekämpft, wir zwei, oder? Doch, doch. Ja, okay. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt uns was in die Kommentare. Hier sind noch ein paar Videos von uns. Wir sagen tschau und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bauer. Bis zum nächsten Mal. Das war's.